Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Sonntagmorgen vor allen Dingen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Morgen. Momentan traden wir bei ungefähr 41.600 bzw. 700 US-Dollar. Es sieht momentan ganz gut aus, aber bevor wir mit dem Video starten, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und heute kleiner Reminder, um ich glaube 13 Uhr kommt der Crypto Talk mit Cryptoforming. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Gestern schon wieder den neuen aufgenommen. Der kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Also ihr seht, es geht immer weiter los. Ansonsten, wie gesagt, wir traden momentan ungefähr 41.600 US-Dollar. Wir haben hier enorme Probleme bzw. wir konsolidieren hier auf hohem Niveau in diesem Bereich. Wir hatten gestern nochmal einen kleinen Abverkauf. Der wurde sofort aufgekauft. Wir haben es nicht mal mehr in diesen zwei Stunden Demandzone, die ich euch eingezeichnet habe bzw. auch in der Telegram-Gruppe angesprochen habe. By the way, Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr in die Telegram-Gruppe dazustoßen wollt. Und da kriegt ihr dann immer die neuesten Updates und die Community ist echt Bombe. Gut, wie gesagt, wir müssen hier auf jeden Fall nachhaltig drüber. Aber momentan sieht es nicht so aus, als ob wir die Wucht hätten oder die Impulsivität, diesen Bereich hier oben sofort zu durchstoßen. Weiterhin gehe ich davon aus, entweder wir kriegen hier nochmal einen kleinen Retest in diese zwei Stunden Demandzone, versuchen dann einen neuen Anlauf, könnten dann natürlich auch einen Doppeltop bilden, aber dafür ist es wirklich momentan auf jeden Fall noch zu früh, das jetzt zu beschreien. Ansonsten bricht diese Zone, haben wir noch die vier Stunden E-Mail-Ribbons als Unterstützung. Die gehen momentan bis ungefähr 39.000 US-Dollar. Wäre auch eine Möglichkeit, bin ich ganz ehrlich, viele warten jetzt entweder auf diesen Retest hier unten. Hier unten haben wir eine Menge Support, ihr seht es hier unten, hier liegt eine vier Stunden und eine sechs Stunden Demandzone im Bereich der 37.500 bzw. 38.000 US-Dollar. Jeder wartet auf diesen Retest. Deswegen ist die Möglichkeit, okay, wir gehen hier nur an die vier Stunden E-Mail-Ribbons, bilden einen Abtrend, weil die vier Stunden E-Mail-Ribbons enorm wichtig sind für einen Abtrend bei uns. Oder wir gehen hier wirklich nochmal in den Bereich von 36.000 US-Dollar. Das sind so momentan mehrere Möglichkeiten, die ich einfach im Playhub wichtig ist. Wenn die Zone hält, brauchen wir auf jeden Fall impulsives Volumen, um diesen Bereich hier nach und nach zu durchbrechen. Wir haben ein CME-Gap, das liegt bei ungefähr 40.600 US-Dollar, also nicht weit entfernt. Das würde hier in dieser zwei Stunden Demandzone liegen. Also das seht ihr auch, wir konsolidieren das ganze Wochenende hier drüben. Viele sagen auch schon wieder, Bart Simpson-Pattern ist eine Möglichkeit, dass wir hier dann sofort einen radikalen Abverkauf sehen. Wir haben in diesem Bereich natürlich kein Volumen gebildet bzw. keinen Support. Den hatten wir hier drüben auch nicht. Deswegen sind wir auch hier krass nach oben hin gepumpt. Die Chance ist natürlich wirklich, dass wir hier nochmal in den Bereich von 36k, also die 32, 33k werden jetzt immer unwahrscheinlicher, solange diese 36k halten. Für mich ist es momentan eher so, die Region um 39.000 bis ungefähr 38.000 US-Dollar. Also ansonsten, wenn wir bzw. die Market Maker, ich sage jetzt einfach mal Market Maker, das wirklich so wollen, die ganzen Longs, die jetzt schon in dem Markt drin sind, zu liquidieren, dann wirklich nochmal in den Bereich von 36k. Weil die meisten sind hier ungefähr in diesen Bereich bei dieser Candle reingegangen. Und was passiert natürlich? Die Leute werden natürlich liquidiert und wir gehen nochmal tiefer, versuchen hier Support zu bilden und dann versuchen wir wirklich mit neuen und gutem Anlauf hier nach oben hin diese Supply-Zone zu durchbrechen. Weil mit so ein bisschen Rumgeeier werden wir das wahrscheinlich hier nicht schaffen bzw. wir haben Luft bis 44k. Sind wir mal ehrlich, aber hier ist so viel Widerstand. Ob wir das jetzt mit einem Durchgang sofort schaffen, wage ich zu bezweifeln. Volumen wieder deutlich abnehmen. Klar, wir haben Wochenende, wir konsolidieren jetzt hier oben. Passt auf jeden Fall auf. Es ist extrem wichtig, jetzt nicht überhebelt in irgendeinen Markt reinzugehen bzw. überhebelt jetzt hier eine Long-Position aufzubauen. Wartet lieber nochmal bis Montag, bis Dienstag, bis sich der Markt wieder ein bisschen gelegt hat. Volumen auf jeden Fall drauf achten. Wir hatten hier richtig geiles Breakout-Volumen. Das, was wir uns seit Wochen gewünscht haben, hatten wir jetzt auch. Wir haben auch jetzt hier unten noch bei dieser 2-Stunden-Demand-Zone auch noch den 4-Stunden 200er SMA plus den 200er IMA. Also wir haben ja auch nochmal dicke Unterstützung. Die Zone könnte möglicherweise sogar halten. Und dann wird es interessant, Höheres hoch, Ares einen Blick behalten. Keine Bearish Divergence dürfen wir bilden. Momentan sieht es eher so nach Bullflag aus. Konsolidierung. Aber mehr können wir uns jetzt da bisher nicht ableiten. Ich wäre immer am Wochenende sowieso vorsichtig mit traden. Ich habe gestern auch einen kurzen Short-Trade gemacht hier in diesem Bereich. War ganz gut, aber sofort Stop-Loss und Gewinn. Weil einfach viele Leute long gehen. Man sieht es ja auch, die Katze wurde sofort wieder aufgekauft. Also die Leute sind auf jeden Fall bullisch gestimmt. Man merkt es auch in den Gruppen. FOMO kommt langsam rein. Habe ich doch zu spät gekauft. Aber schauen wir auf jeden Fall. Lasst euch auf jeden Fall nicht irgendwie beeinflussen. Schauen wir uns Ethereum an. Hier ist das Bild wieder ein bisschen klarer. Wir haben es über unser Golden Pocket geschafft. Sind jetzt am 0786er rejected worden. Hier habe ich euch gestern schon im Video gesagt, wünschenswert wäre ein Retest hier in dieses Golden Pocket. Wir haben jetzt auch den 200er SMA, den 200er EMA momentan als Support bestätigt. Auch hier hatten wir diesen kleinen Weg nach unten, wurden aufgekauft. Weiterhin gilt für mich, ich möchte hier unten eigentlich einen Retest sehen, damit die Zone nochmal gestärkt wird. Ehemaliger Widerstand wird zu Support. Ist für mich persönlich extrem wichtig. Wir haben hier noch den Monats-Pivot, den wir dann auch gleichzeitig noch bestätigen könnten. Und dann hier nach oben weiterhin fortsetzen. Ansonsten bricht Bitcoin nach unten nochmal 38k aus. Halte ich hier diesen Bereich von 2588 US-Dollar. Hier liegt das 0382 auf Ibonat-GiV-Tracement-Level. Nochmal für eine Möglichkeit, eventuell hier eine Long-Position aufzubauen. Ansonsten passt einfach wirklich auf. Geht jetzt wirklich nicht überhebelt irgendwo in den Markt rein. Cardano. Gleiches Bild haben wir ja gestern angesprochen. Wir wurden hier rejected an dieser blauen Widerstandslinie. Auf den Dollar genau, wo immer wieder Support war. Jetzt ist es Widerstand. 200er EMA, 200er SMA, beides Widerstände. Die 4 Stunden EMA Ribbons dienen jetzt hier momentan als Support. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weil die in einem Abtrend immer als Support gelten. Beziehungsweise uns weiterhin Support geben. Hier haben wir noch ein bisschen Luft. Also wir haben jetzt hier einen kleinen roten Abtrend gebildet. Wir hätten hier nochmal ein bisschen Luft nach unten hin. Aber auch nur minimal in dem Bereich von ungefähr 1,10 Dollar. Und dann hier immer wieder nach oben hin aufzusteigen. Also dieser Abtrend ist auf jeden Fall noch intakt. Volumen deutlich abnehmend. Wochenende. Also auch noch nicht zu ernst nehmen. Behaltet auf jeden Fall den Abtrend im Auge. Und die 4 Stunden EMA Ribbons. Die sind in einem Abtrend essentiell wichtig. Schauen wir uns Solana an. Solana hat es eigentlich ganz gut gemacht. Wir hatten hier fast ein Fake-Out. Sind dann nach unten nochmal abgeprallt. Haben hier diesen Abtrend getestet. Jetzt haben wir diese grüne Zone. Das war eine ehemalige Widerstandszone. Als Support nochmal gestern bestätigt. Jetzt konsolidieren wir hier ein bisschen rum. Die 4 Stunden EMA Ribbons kommen in die Zone. Also die Zone sollte halten. Ansonsten gehen wir wieder in unsere Range rein. Könnten nochmal den Abtrend bei ungefähr 100 US-Dollar antesten. Wäre eine Möglichkeit, Volumen deutlich abnehmend. RSI relativ hoch. Wenn wir streng genommen sind, könnten wir jetzt auch sagen, okay, wir haben hier ein höheres Hoch, hier ein tieferes Tief. Somit hätten wir auch eine Bearish Divergence. Die Möglichkeit wäre, dass wir hier nochmal nach unten gehen. Wäre dann auch ein kleines Doppeltop. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich auf so kleinen Timeframes vor allem. Und wenn wir von unten bzw. von oben sowieso kommen. Also das mal bitte nicht zu ernst nehmen. Schauen wir uns ein paar Metacoins an. Sand hat es geschafft, diese Range hier, also diese Widerstandszone zu verlassen. Sogar zu bestätigen und zu verlassen. Wir hatten hier, ich kann es nicht oft genug sagen, dieser 200er SMA bei Altcoins ist einfach phänomenal gut. Wer hier den Trade mitgenommen hat, 200er SMA, 200er EMA, Retest, Bombe, Abfahrt. Stop-Loss sollte mittlerweile auf Entry sein. Also ich kann es nicht oft genug sagen oder euch diesen Indikator vorstellen. Es ist ein Free-Indikator und er funktioniert bei Altcoins extrem gut. Was wir auch hier geschafft haben, wir hatten ja hier diesen kleinen Abtrend, den wir bestätigt haben, sind drunter gefallen und haben auch hier wieder diesen Abtrend bestätigt. Also ihr seht hier diese Confluence. Range, ehemaliger Widerstand wird zu Support. 200er SMA, 200er EMA plus Abtrend gebildet und Abfahrt. Also hier sieht es ganz gut aus momentan. Schauen wir uns EOTA noch an. Hat sich noch nicht so verhalten. Hier haben es wir nicht über den 200er EMA, 200er SMA und Monatspeavit geschafft. Deswegen, es ist noch im Play, sage ich mal, dass wir immer noch dieses Szenario sehen. Wäre wünschenswert. Ansonsten, 4 Stunden EMA-Ribbons halten. Wir haben diesen Abtrend, huch, das wollte ich nicht. Wir haben diesen Abtrend hier noch, den können wir noch im Auge behalten. Deswegen wäre auch nochmal ein Retest in die Region um ungefähr 0,87 Dollar möglich. Hier noch ein bisschen konsolidieren, bis wir dann wirklich das Breakout sehen. Ansonsten, was habt ihr euch denn noch so gewünscht? Ich glaube, Mana ist auch so ein Coin. Also Mana hält auch erstmal einen Abtrend. Also das ist schon mal gut. Ihr seht es hier, der Abtrend ist weiterhin intakt. Wir haben es über unsere rote Widerstandzone, beziehungsweise unser Key-Level geschafft. Da konsolidieren wir jetzt noch ein bisschen, aber das Volumen ist hier Mangelware. Also es ist nicht wirklich geil. Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Also hier bitte aufpassen. Es deutet momentan vieles darauf hin, dass wir zumindest nochmal kurzfristig tiefere Kurse sehen. Mana so um den Bereich von 2,70 Dollar wird interessant. 4 Stunden EMA-Ribbons, 200er SMA. Da wir noch keinen richtigen Retest hatten, plus der Abtrend. Also behaltet das auf jeden Fall im Auge. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Sollte es welche geben? Ich war zu faul, es vorher zu aktualisieren. Denn genau diese News. TSG Hoffenheim und Manchester United setzen auf Kryptosponsoren. Klingt ja nicht uncool, aber TSG Hoffenheim kooperiert mit Baby Doge. Ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte. Gut, damit soll es jetzt mal ein Schlusswort gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen, entspannten Sonntag. Nächste Woche kommen die Videos erst wieder gegen Nachmittag. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da, um mich zu unterstützen. Ansonsten hören wir uns später in der Telegram-Gruppe. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wie immer, stay crypto. Wünsche euch einen schönen Sonntag.